In diesem Video möchte ich dir gerne zeigen, wie ich in einer Videokonferenz mit den vorhandenen Feedback-Mitteln ein Gespräch führen kann, eine RednerInnenliste erstellen kann und eben auch eine Kommunikationskultur entwickeln kann. Im Gegensatz zu analogen Settings ist es für mich als Moderator ja immer etwas schwieriger, weil ich sehe die Gruppe nicht im Raum, ich habe keinen direkten Blickkontakt, ich kann Störungen auch schlechter identifizieren und deswegen müssen wir einfach Regeln vereinbaren, mit denen auch ganz klar kommuniziert wird und sehr etabliert hat sich für mich der Umgang mit den Reaktionen. Das sind Feedbackmöglichkeiten, Rückmeldemöglichkeiten, die in der Zoom-Software mit integriert sind. Personen, die über die Zoom-Software am Computer teilnehmen, finden das hier unten in der Leiste unter Reaktionen. Hier gibt es, wenn man draufklickt, verschiedene. Die oberen, die nicht grau hinterlegt sind, das sind Reaktionen, die nach 10 Sekunden automatisch wieder verschwinden. Die grau hinterlegten, das sind permanente Reaktionen, die bleiben auch entsprechend so lange da, bis ich noch ein weiteres Mal draufklicke und sie wieder deaktiviere. Wenn ich über einen Browser in einer Zoom-Konferenz teilnehmen sollte, dann finde ich nicht diese Button Reaktionen, sondern ich muss zuerst hier unten in der Leiste auf Teilnehmer klicken und habe dann in der Teilnehmerleiste hier unten die Wortmeldung und die entsprechenden Ja und Nein Reaktionen, die mir hier zur Verfügung stehen. Und wenn ich entsprechend über ein mobiles Gerät teilnehme, wie zum Beispiel ein Tablet, das ist jetzt die iOS, die iPhone-Version, habe ich hier oben diese drei Punkte mit dem Mehr und wenn ich da draufklicke, stehen mir auch entsprechend die Funktionen hier zur Verfügung. Wie gehe ich normalerweise in Sitzungen oder in Fachtagen oder in Videokonferenzen mit rum? Das heißt, ich habe hier unter Reaktionen zum Beispiel das Handhebensymbol, das ist im Prinzip das digitale Pendant zum Melden. Wenn sich hier jemand meldet, wird mir das hier auch direkt angezeigt als Host. Und das Schöne ist natürlich auch, dass mir die Personen hier auch genau in der Reihenfolge angezeigt werden, wie sie sich jetzt auch gemeldet haben. Das heißt, durch diese Handheben-Funktion wird hier auch automatisch eine RednerInnenliste erstellt und ich weiß, in welcher Reihenfolge ich die Personen dran nehmen soll. Genauso gut könnte ich jetzt auch Abstimmungen, offene Abstimmungen über dieses Feedback-Tool machen. Das ist das digitale Pendant zum Handheben auch im Raum. Wer ist dafür Ja oder Nein? Da gibt es auch dann hier die Möglichkeit, entsprechend die Reaktion auf Ja zu klicken oder auf Nein zu klicken, was ich jetzt hier mal gerade auch in den anderen Zugangsgeräten mache. Und das Schöne ist, als Moderator sehe ich dann hier unten in der Leiste dann auch direkt die Auswertung und sehe auch schon direkt die Zahlen, wie viele Personen wie abgestimmt haben. Zurücknehmen muss im Prinzip jeder seine eigene Meldung für sich. Alternativ kann ich als Host einer Veranstaltung unten auf Mehr klicken und die Funktion Alle Feedbacks löschen wählen, womit ich dann aber auch wirklich alle Handmeldungen und alle Ja und Neins wieder lösche. Das ist für mich ein ganz netter Workflow oder eine nette Methode, um wie gesagt die Gesprächsführung auch vorzunehmen und alle Gesprächsregeln auch festzulegen mit Handmelden, Ja und Nein. Je nachdem können sich die Leute dann per Video auch mit zuschalten. Vielleicht habt ihr aber auch schon ganz andere Erfahrungen damit gemacht. Das würde mich brennend interessieren. Lasst uns darüber in den Kommentaren diskutieren. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.